Und alles, was mir keinen Spaß macht, das mache ich auch nicht. Dafür habe ich mittlerweile ein Dutzend Mitarbeiter, zwei Dutzend Mitarbeiter eingestellt, die Dinge tun, die ich entweder nicht kann oder nicht den ganzen Tag machen will. Du bist heute hier, morgen da und trotzdem ist irgendwie so der Umgang mit dir. Du warst super flexibel. Wie kommt das? Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Nein, ich bin jemand, der sich den Tag bis auf die letzte Minute vollstopft, weil ich auch nicht glaube, dass das irgendwie effektiv ist. Weil in erster Linie mache ich das alles aus Spaß. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, weiß ich, aber ich mache das alles nur aus Spaß. Und jetzt hat man meine Wertvorstellung rausgehört. Und alles, was mir keinen Spaß macht, das mache ich auch nicht. Dafür habe ich mittlerweile ein Dutzend Mitarbeiter, zwei Dutzend Mitarbeiter eingestellt, die Dinge tun, die ich entweder nicht kann oder nicht den ganzen Tag machen will. Und das funktioniert auch sehr gut. Und von daher habe ich den ganzen Tag Zeit für Dinge, in denen ich sehr gut bin und die ich auch sehr gerne mag. Und von daher, ja, aber du hast schon recht, also es wurde mir schon öfter gesagt, dass ich extrem viel Kapazität habe. Also Reinhold Messner hat mir mal gesagt, wenn sie tun, was sie lieben, dann können sie nicht ausbrennen und dann gibt ihnen das Energie zurück. Ja, wie bei Kindern. Ja, sie erreichen nie den Nullpunkt oder irgendetwas. Und so ist es bei mir auch. Ich habe den ganzen Tag Energie, ich habe den ganzen Tag Spaß und ich kann auch am Tag mit 100 verschiedenen Menschen zu tun haben, ohne dass es mich irgendwie belastet oder irgendetwas Ähnliches. Also da habe ich einfach so eine Kapazität. Vielen Dank.